OBS! Hallo. Hört ihr mich wieder? OBS war aber mal wieder kurz zum Weinen. So, ha? Ich hoffe echt, dass das Problem nicht mehr da ist mit Landkabel. Wenn ich ein richtiges Landkabel habe. Ich würde auch ein cutes Anime-Girl sein. Okay, verständlich. Ich würde auch ein cutes Anime-Girl sein. Ihr habt den Vorschuss der Dutisten verwendet, um die Tür aufzuschließen. Hallo. Hier sind noch weniger Leute. Das ist aber scheiße. Gibt es da oben Dinge? Das ist eine Kiste. Haha! OBS ist gerade pur. Kamille. Identitivitätsnachweise. So, ihr seid das, Maxwell. Lord of Spirits. Ruler of Elements. Dach. You don't believe me? Nein. A person claiming to be a spirit? It's a bit much to swallow. Then how do you humans prove your identities to each other? Ich hab, ich hab, ich geh, ich geh zu meiner... Ich geh halt dahin zum Amt. Und dann krieg ich die Karte. Well, by showing identification, I guess. I have a medical school ID card. Ha. Then I doubt that I'll be able to prove my identity to your satisfaction. Oh. I wouldn't even know where to apply for a spirit ID card. Is it really okay for me to be following this person? Ich mag, dass die Bilder sich so ein bisschen bewegen. Ich finde das so richtig gut. Das ist halt einfach... Es wirkt einfach ein bisschen so dazu, ne? Weil du weißt, einfach ein Blick nach unten, aber macht einfach... Basically, du siehst genau von der Animation, dass das Bild ein bisschen runter geht, dass er... ...macht. Aber auch Schulter hängen lassen. Ich finde das richtig cool. Ich finde das eine einfache... Also... Eine coole Möglichkeit, dass halt nicht alles animiert sein muss, aber trotzdem irgendwie, ne... Wirkt wie etwas. So, wir haben mehr Kämpfe. Ich möchte kämpfen! Und ach, darf ich sie kloppen? Attack! 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 Ha! Ja! Ha! Ha! Hallo! Hallo! Ist okay, Nina gibt's so an, ne? Ich dachte eigentlich, ich krieg Heilung, wenn ich das speichere. Krieg ich keine Heilung, wenn ich das speichere? Ich habe hier keine Heilung bekommen. Okay, ich krieg keine Heilung, das ist okay. Da, kriegst halt ein Apfelgummi. So, wir gehen mal gucken, ob ich jetzt da auch reinkomme. Hallo. Ja, ich krieg's so an, ne? Ist okay. Wenn du KFD-Gru gewechseln willst, halte 1 gedrückt und verwende... Ich drücke in die Richtung, wo die Person verfügt. Ah, ich kann... Okay, ich kann im Kampf wechseln, wenn ich einen Hauptcharakter nicht habe. Aber ich möchte zu spüren. Goddammit! Die ist immer laut zu. Ich möchte gar nicht mehr noch spielen. Ich möchte gar nicht mehr noch spielen. Schuh, das ist ein cooles Socke. Strategie mir, du kannst dir die Figuren, denen der Genre auf automatisch gestellt ist, Kampfanweisungen geben. Wenn du Spielanweisungen, beispielsweise Probleme beim Besiegen, als mich den Gegner hast, könntest du in der Strategie zu überdenken. Das Ändern von Heilstrategien kann sich als besonders effektiv erweisen. Okay. Das wäre so, wenn ich... Sie hätte auch noch. Das braucht eigentlich Mila so. Ich glaube, sie braucht ihr... Braucht sie Int? Ihre Werte sind so OP. Die werden, glaube ich, noch genervt, habe ich das Gefühl so. Wenn es gerade ist, ist sie richtig OP. Stufenaufstieg an neuen Level, alle KP und TP wieder her. Das ist auch cool. Na denn? Für die habe ich jetzt alle, ja. Äh, Strategien. Äh, kannst du Figuren, die auf Autofsteuerung eingestellt... Äh, aha. Aktion, freie Wahl... Ach so. Aha. Oh. Oh. Ich sage, ich möchte eher, dass du AOE machst. Oh. Ja, und dann denn? So kann ich jetzt eigentlich da drüben durch. Ist die Tür da offen? Ich hatte das Gefühl, dass sie genervt wird, weil sie, glaube ich, ihre Fähigkeiten zum Teil verwirrt. Ich hatte das Gefühl, ich bin ein Level ab. Klingel, was? Okay, das Blocken geht nur von vorne Aua Ich habe mir tut wehgetan Oh, da glitzt ja da was Da glitzt Seltsam, es verbrennt Was soll das denn sein? Ich weiß es nicht Hallo, ich habe ein bisschen viel Schaden bekommen Oh Jetzt komme ich hier weiter Ich wollte immer wieder auf die Hoffnung von Professor Haus Aber jetzt ist er tot Oh Was, was machst du? Ich überarbe dich Achso Okay Gut, Mila Das ist ein Buch über Kinder Ich bin nicht ein Baby Oh Das Technik hat keine EFFECT auf dich Ich bin so kompliziert Oh Well, I guess I do feel a little better. Thank you. So it does work. Good. Tifa? Kannst du nicht so hintereben? You need to go deeper. We're not heading to the exit? No. There's something seriously wrong here. Shouldn't we get out? I'm aware of the danger, but there's something I must find. Hey, 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 Tifa. Okay. That's true. Hey, hey. Thank you. Wenn ich vorher sterbe? Guten Tag. Ich finde es so verrückt, dass das Dach hoch springt. Bonus-Erfahrung! Am Ende des Kampfes kannst du eine bestimmte Menge an Bonus-Erfahrung erhalten, die auf Grundlage deiner längsten Kombo in der für dich kampfgründigen Zeit ermittelt wird. Um nur Schaden zu nehmen. So. Okay. Ich glaube, ich nehme aber, glaube ich, nochmal ein Gummi. Ich habe auch nur so wenig HP. So unfair. Gut Tag. Ich möchte gerne Items. Hallo. Ich hoffe, zwischen springen verwirb ich doch wissen hat das lebens ja ich darf der sterben warum ich ja den bonk verdient dafür so sieht es aus mit drei bt 400 geld mit 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 drei kann ich theoretisch maximal kp ich glaube ich brauche das o bewegung okay ich will ich dahin so ich weiß nicht ob ich vielleicht nur physisch physisch wird sie stark auf verteidigung leicht auf angriff aus zeigt die wahrscheinlichkeit von kraken betroffen zu werden das ist wahrscheinlichkeit nicht zu verursachen drei ein dreifach gewirrte ausschlägen und tritten aus damit dass damit endet dass die gegner in die luft geschleudert werden das klingt ja auch lustig hallo ich mache hier dinge wo ich für dich keine ahnung habe warum möchtest du da so aha wer kriegt Kapitel 5? Wukor meinst du, oder was? Natürlich feierst du ihn dafür. Ja, danke. Aua! Ich nehm einfach mal alle Gegner mit. Ich kann kicken, wenn ich springe. Wenn ich schon mit Kritsch spielen kann. Probabley. Okay, vielleicht muss ich ein bisschen mehr rumrennen. Vielleicht brauche ich doch L2 ein bisschen öfter. Muss ich da rein? Kann ich wieder raus? Was macht die? Waffe gegen Geister. Ich befürchte, dass ich... Was machen? Ich würde doch noch fertig erkunden. Nun. Habe ich halt vielleicht verkickt. Okay. Ähm. Ich glaube, ich kenne die Manna. Ich bin drin. Ähm. Waffe. Ich bin sofort gekänzt. Ich bin sofort, waffe. Waffe. Nein. Ist egal. Eine Falle. Komm, pass dran. Meine Arme sind nicht zu kurz. Ich sag jetzt, pass bitte auf Mila auf. Dankeschön. Ah. Hä? Das ist ein Nerfgun. So, jetzt ist Mila schwach, weil Mila keine Geister mehr hat. Oh. Huiiii. Oh oh. Äh. Das ist jetzt aber doof. Du Disco. Ah. Ja, loslassen, ne? Oh. Ja, loslassen, ne? Und da ist die Musik. Das ist so gut, ne? Das wir haben bestimmt geklabt. Warum hat eigentlich Taylor so immer so coole Infos, ne? Schlimm. Da hat er den Namen gesehen. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Ich hab alles vergessen. Die helft der Charakter hab ich gar nicht getroffen. Ja, Anime ist drauf. Er ist drauf. Das ist so cool. Schmack. Guck ihn an. Er ist cool. Ja. Jeder der was anderes sagt, der gehört. Dann kommt Klupe von Bier. Tut beste. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Yeah. Ach, das ist so cool, Jud. Ich weiß nicht, ich finde aber grundsätzlich die Faustkämpfe auch hier animiert eh übelst geil. Du kannst so viel cooles Zeug machen, wenn du halt jemanden hast, der faustkämpft und kickt natürlich. Kickboxen, so. Oh. Haare trocknen oder so, I don't know. Haare ist wirklich nass. Oh ja, ich weiß nicht. Le Gosp. Oh. Ich hab ihn nicht fertig umgeguckt. Ah, ich wusste nicht, dass das der richtige Weg war. Yikes. Hallo. 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 You should have gone home like I asked. You in Cahoots with her? Cahoots? Null. Reset. Null. Reset. Null. Reset. Null. Nun. Jetzt ist auf einmal Shoot der bessere. Ich werde boxen. I can't believe I'm doing this. Boxen. Da. Warpunch. Ja, Warpunch ist es nicht, aber you know. Guck mal. Jetzt hat Shoot mehr Leben. Das ist so. Naja. Also Shoot, das waren jetzt drei Faustschläge. Tu mal nicht so. You're welcome. You'd better get out of Fenmont while you can. Right. You have my gratitude. Okay. The city entrance is always crawling with police. And you'd be safer heading to the sea haven. Hmm. The sea haven. Haven? Wo ist denn der? So. Weiss ich nicht. Schon so. Ich weiß wo er ist. Ich hab den Bepp. Nun. Ja, hier. Bitte. Bitte folgen sie mir. Junge Dame. Oh mein Gott. Speicherbaum. Das ist echt P? No. Du musst besprechen. Ich hab auch keine Ahnung. Ach so. Mach man halt so, ne? They say that even the best trained soldiers may panic in the face of actual combat. Yet you seem completely together. Ich mein Shoot hat auch fucking Arzt-Ausbildung gemacht, ne? Well, I had a friend I trained with who used to shout Sparring time and attack me out of the blue. Brrrr. Nun. So it's probably thanks to her. I see. Sparring time! I'd always wind up on the ground covered in bruises. I'm sorry to dredge up such painful memories. Ja, weil, äh, äh, vielleicht, äh, Kitty, vielleicht ist Twitch der Meinung, dass ich besser aussehe mit 160. What? No. It's not like that. Don't all bullied children say that? Bullied? That's not what... Wait. Was it? No. Kidding bullied. Not the bullying. Oh, shoot. Da. We can only get to the Sea Haven via the path that leads to the Thalem Medical School. Oh. Da sind sie überall wachen. Oh, gut. Die sind eigentlich alle hin. Hm. Hallo. Wir müssen zum... Oh. Äh, das war Dalla. Das ist Doggy. Warum flüstern hier an Leute? 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 Ja, mach ich. Oh, ups, sorry. Da wird's ja erstmal krank. Ich schätze mal, wir kommen vielleicht irgendwann hierhin zurück. Also, ich muss mich besser umschauen. Maybe, maybe not. Ah! Mr. Eldon? Is that you? What's going on here? I can't believe you are the one we're looking for. Jude Mathis, I have... A warrant for your arrest. There's one for her too. I'm authorized to use force if necessary. But I don't want to hurt you. But wait, just hold on a minute. We may have done a little breaking and entering, but that hardly makes us public enemy number one. You can't break any entering. So much for that. It looks like they're not listening. Mr. Eldon? I'm sorry. But I'm afraid I have my order. Da! Schlimm. Jude, I can't let them capture me. Nee, wir gehen einfach. Then we'll do it the hard way. Go on, get her! Hui! Da! Das ist doch verboten. Keine Zeit. Hey, wait! Und wenn? Ich werde das nicht. Okay, goodbye! Hi! It's just that... I just wanted to... Oh, hi! Ich glaube, Evan war sein Name. I think. Or something. Hey! Oh, who are you? Save the chicha for later. Your lovely lady friend is about to set sail, you know. So. Wait, but I... Listen close, kid. The military issued your warrant. And with the military powers act invoked, you're an ex-marked criminal. Awww! Scheibebebrecher! Ich will so, Hilfe! Pick up the boy! Wir waren geschmissen. Hui! Du, das ist so ein Sack von Potatoes. Autsch, bautch. Ja, und deswegen sprüht man auf dem Boot. War ja auch immer so. Ja, ja. Die fliegt nicht. Aha. Schwor. Au, es ist Alvin. Ich habe den Namen richtig. Ich hatte den Namen doch richtig. Ich habe den Namen richtig. Und das ist Mila. Oh. Häng in da, kid. Oh. Na denn? Ja, ich möchte kein Speichern. Ja! Speichern. Hält roh. Also ungefähr so weit habe ich das erste Mal gespielt. Ich glaube, viel weiter ist das, bin ich nicht gekommen. To be honest. Sehr beschämend. I'm sorry. Natürlich. What do you expect? We don't have any sort of identification. Speak for yourselves. ich wollte dass er mehr sagt weil da so viel stand das heißt wir sehen himmel oh hey you said you're a med student didn't expect that hey hey can I ask you something why did you save us what's in it for you well cash of course also geil wir haben kein geld ja wer hat das nicht gemacht ich hab kein geld tut same goes for me i'm afraid seriously i take more than just cash you know don't you have any precious metals so jewels so rich relatives about the crook no nothing on me everything happens so fast i have anything that would sell for a high price either well what exactly do you do alvin you look like a soldier but she sure don't act like one here and here that you're on the right track here i'm a mercenary das fort danke das habe ich gesucht mercenary it's better than being a soldier we don't have to follow orders we set our own hours and we help people for a price well it would seem like you helped us for free well it's a risk of the trade maybe i'll find some paying customers in our well it's a risk of the trade maybe i'm sorry about that oh charity work wonderful are we there yet ha 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 sind wir bald da nein erwin sind wir bald da nein nun bot 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 Wie viele Layers hat er eigentlich an? Haustodisch warm? Ich hatte Warn im Kostüm. So will der Elvin nicht einfach abhauen wieder, sie lassen einfach alles ab. Junge, er ist ein Arzt, der kennt doch nur so Kack-Sachen. Hä? So klein sieht das auch nicht aus. Ob er versteht? Wie alt war Chut hier in dem Teil? Wie 17. Kann das sein? Ich glaube. War da irgendwie 17? Steht das im Buch drin? Moment. Ich hab hier das coole... Ich hab hier nicht die Special Edition, aber eine Special Edition. Da hat sich ein Buch drin. Steht das da? Wie alt er war? Wie alt er war? Äh, Young Teen. Ja gut, wow. Das ist kein alter. Nee, da sind Bilder drin. Young Teen. Was auch immer das bedeutet. Ich schätze mal irgendwo 17, 16, 17 rum. Young Teen. Aber da er anscheinend im Abschlussjahr war von seiner Medizinschule, kann er ja nicht irgendwie 13 sein. Das würde ja keinen Sinn ergeben. Okay, steht nicht drin. Ja. Hm. So? You leaving now? No. Alvin, you must be well versed with the sword. Mercenaries like you must have some battle chops. Also ich würde sagen, nicht jünger als 16. Hm. Ich hab 5, wo das galt. Oder so. Ich hab 5, wo das galt. Oder so. Hier. How about we make some Moolah while I train you. Okay. What do you mean? Well. There's got to be some paying customers here in the Sea Haven, right? Let's take a look around. Nebenquests? Scheiße. Ich muss nebenquests annehmen. Oh no. Wie der Wanderfigur sprichst über den Kopf ein Hä? Schreibt das in einem Nebenereignis. Und es galt nur Objekte. Mhm. Nebenquests. Guten Tag! Nebenquests. Ähhhhh. Alter Level 4 Scheiße Drücke Sekt, um Auto-Navigation zu nutzen Vorgeschlagene Wege Wir haben eine WP aufgebrachte Wir können Aha Ah, guck mal Schon die ersten Ringe Kosten eigentlich die in der zweiten Drei kosten auch einfach eins Was haben wir gesagt, was sinnvoll war? Was war, da war der Krit Wahrscheinlichkeit, kritische Treffer zu erhalten Mehr Krit klingt ja immer noch nicht so schlecht Dann kann ich, ah, ich kann so smocken Abwehren des Feiles zu durchbrechen Hallo Hey there You've got a request, right? How about letting us handle it? Oh, your mercenaries Oh, perfect timing What kind of request? Kühlbar drei Monster 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 Was kämpfen kann ich? Kloppo Oh, so by taking on these jobs You get the reward And I get the practice Right, everybody wins Except the monsters Okay, hit us with the details Kanschenkantschut Ja Some monsters We've never seen before Are lurking near a lake west of the sea haven Aha A lot of people depend on that lake for water So those monsters have become a real nuisance I'm looking for someone to exterminate the beasts Exterminate Exterminate Drei gilt Cash You heard the woman Money Okay Sounds fine to me Fighting monsters will be good training No Excellent Now these beasts are no pushovers So please watch yourselves Gnocchi Dim quest Dim quest About your sword training The monsters aren't just going to stand there like training dummies, you know We should go over some basics first Edward golfen Also, richtig golfen golfen Mario golf I appreciate it Golfen golfen Damn Ich war noch nie golfen golfen Ich war immer nur minigolfen Ready your sword Minigolfen oder es gibt ein anderes, was noch mit richtigen Golf, was ein bisschen mehr als minigolfen ist, aber noch nicht golf Vom Driven Null Nun Ich war noch nie richtig golfen Ich wurscht dir rum Okay Shall we go? Danke, wie ist es? Wait, Jude Take a moment to consider your situation Aha You have to stay with me anymore, you know Doch Aber ich möchte Right Tausender Mitglied Nein 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 Tausend Das war mir gefragt Damit kann ich ja gar nicht Aber dann gehe ich golfen Let's go Weißt du, warum golfen so eine Rich Dings-Nachsache ist, ne? Holy shit Tausend Gut, to be honest, mutig, wenn du voll top Fitnesscenter Abo hast, zahlst du mutig auch nicht viel weniger, ne? Weiß es nicht, keine Ahnung Astro Astro Ja Oh ne Scheiß Ich hab gesehen, dass Astro Draußen ist, aber ich hab noch keine Zeit Aber ich war so, oh mein Gott, Astro Ja In der Schweiz 99 Euro pro Monat Nein Ich glaube gern, dass Astro Geil ist All-Inclusive Fitness Center Ja, gut Okay, dann doch lieber golfen Ja, aber ich meine, es hat trotzdem Tausend im Jahr für so ein Abo-Ding Ist schon viel Sorry Ich werde mich überlegen, bis du aufgerufen hast In dem Reitsport war Und pro Pro Jahr bestimmt auch Tausend oder so für Reitsstunden ausgegeben hat Wupsi Ist ausverkauft, damn Okay, sehr gut Warte, jetzt muss ich direkt gucken Ob ich, ob ich das Moment Muss ich kurz gucken WUG Hehehe Ha! Der WUG ist ja noch drin Cool Ich steh grad durch die Decke Ich kann's mir holen Ich hab physical copies auf Arbeit, ja Ich kann auch bestellen Bei dem einen, wo ich's immer bestelle Wenn ich in der Schweiz Games bestelle Die sind voll chill Die schicken dir Sachen auch immer vorher schon Alle fang Oktober LOL Nun Ja, warte, Moment Ich bestelle kurz Astro Bot, ne? Ha 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 Äh, was war mein fucking Passwort? Dude, ich weiß das noch nicht mehr Moment Was war mein Passwort? Was war mein scheiß Passwort? Das war mein Passwort Who to know? Der fucking Astro Bot Controller, ne? Schon cute, aber es wäre noch viel cooler Wenn er, wenn er animiert wäre Äh, bitte liefern Oh Witch Ich hab voll vergessen, dass das Schwierig rausgekommen ist Auf Rechnung, passt schon Astro Bot Ich hab, Astro Boy Astro Boy Bei 5 Minuten Astro Boy leer Oh Ich glaub schon, dass er mega cool ist Ich habe nur schon Drei fucking PS5 Controller Ich brauch nicht mehr Ich habe Ich habe Ja, also ich hab Ich hab eh geilere To be honest Der ist schon geil Immer noch Ich habe Warte Moment, das ist wichtig Ja, würdest du annehmen Ja, würdest du annehmen Ich habe diesen Ich hab den FF16 Controller Von PS, von der PS5 Ja Einmal Ja Und ich habe Den Spider-Man Den Venom Den Spider-Man Controller Ich brauch nicht, ich hab noch einen weißen Der bei der Konsole dabei war Ich brauch nicht mehr Ich doch nicht mehr Es gibt hier nichts So viele Controller zu haben Doch brauchst du Nein Also Nur Nur wenn die Augen Komplett animiert sind Und immer Dementsprechend zu dem Was im Spiel ist Dass die Augen auch so ein Happy Face machen Und andere Faces machen Ja Wenn das ganze Wenn der ganze Screen da Ein LED ist So Was dann einfach Kitty schicken Was Astrobot Ja, aber dann Ja, aber Ja, aber Ja, aber Aber dann Aber Aber Kitty Ja, aber Ja Ja Ja, die ist er Ich weiß es immer noch nicht Nein Ich will mir den Astrobot Controller Nicht holen Das war damit Das ist viel cooler Honestly Ich hab lieber Dunkle Controller Ich bin nicht so Fan Von weißen Controllern Einfach weil Du kannst deine Hände So leicht dreckig haben Und Irgendeine Kontrolle Werden einfach versifft Und ich bin so Ne, danke Ist okay Da kommt einfach so Kommt einfach Elbe so rein So, hallo Hallo Okay Doch Genau das Meinen die Seppo Das ist halt so Das ist eine Sache Deswegen bin ich nicht so Fan von weißen Controllern Natürlich liebst du Elbe Tars Natürlich Of course Nein Oh 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 Natürlich Nun Ich habe keine Types. Nein, nein, nie. Never ever. Hallo, kann ich hier einkaufen? Was kann ich hier einkaufen? Habe ich Geld? Ah, Ladenerweiterung. No. Das Spiel ist, mit dem du Läden mit realen Geld geben kannst, die Produkte bei Dated Läden zu erweitern. Erweitern aus, wenn du nicht so Punkte erreichen. Laden Level. Laden Level? Damn. Was ist das? Supermarkt-Simulator, oder wie? Du kannst die Punkte, die du für die Steigerung benötigst, erlangen, indem du dem Laden Materialien schenkst, dem Laden Geld schenkst, dem Laden Objekte kaufst. In deinem Verschenken von Materialien wirst du feststellen, dass einige Materialien als Bonus-Materialien eingestuft sind und mehr Punkte als andere mitbringen. Okay. Ah ja. Kaufen. Oh, da steht sogar, wer es anhat. Trenchcode. Oder für wen das ist, um ihren Lederhelm. Ein Band. Für Mila. Was? Süßes Band mit einem hellen Rothund. Bei kleinen und großen Mädchen gleichermaßen beliebt. Ich weiß aber nicht, was so, äh, doch da steht, was sie anhaben. Das hat Mila an, das hat Ding an. Ein Lederhelm hat Elvin an, für Chute wär's besser. Ah ja. Ah ja. Bald erhältlich. Also. Ja. Okay. Und dann hab ich ja weiteres Punkte. Okay, cool. Interesting. Hallo. Waffen. Das sind alles die, die ich habe. Handschuhe. So sieht die gar nicht aus. Lüge. Und hier. Das sind Zusatzsachen, hä? 2000, dude. Wo ist mein Geld? Wie viel Geld habe ich eigentlich? Hallo? Ah, da. 2400. Ja, nee. Aber hier, der kostet auch 1000. Holy shit. Ja, holy shit. Ja, holy fuckaroni. Ich sag, viel Geld habe ich nicht. Tut mir leid. Warte, ich spür zu viel Geld. Was, ist das da drüben noch? Ein Tränkedinger? Ein Getränkedinger. Hallo? Ah, okay. Da kann ich, äh, Dinger holen. Wir nehmen bar mehr mit. TP finde ich jetzt nicht so wichtig. Nee, einen mehr. Danke. Danke. Okay. Was ist da drin? Oh. Mehr Speicherpunkte. Gasthaus. Leben ist mit Leine wegen Umbau geschlossen. Also. Gasthaus. 100. Äh, nein. Mutig kann ich da 100% voll heilen. Ich finde schön, dass es hier drinnen hier drinnen einen Speicherpunkt hat und da draußen auch nochmal. Das ist cool. Nun. Ne, denn, speich mal. Aber ich speich mal kurz da. Ey, doch überschreiben, danke. Oh, Musik. Kignaas! Wundstis. Bling, 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 bling. Natürlich, hä? Ja, ja, okay. They let you sense your companion's intent. Arb. Arb! That's a huge advantage in battle. You can coordinate your thoughts to pull off combination attacks. We call this linking. Link attacks. Sounds great. But how do we do it? Try it and see for yourself. Focus your consciousness into the Lilian Morb. Okay. Pew, 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 pew. Arb! Ja? Drücke Richtung des Verbündnens, mit dem du dich verbinden möchtest, das Park zu kämpfen. Drücke Richtung Entwübe, um die Verbündnens zu lösen. Okay, it's time to flank them. Ja. Wenn es sich ein Feind bewegt, ist sich dein Partner hinter ihn und du kannst die Gegner von der Seite angreifen. Ja. Wenn du ein Feind von hinten zu treffen, erhöht die Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer und erhöht deine Artzeit. Ich kann den Judes nächsten Bewegung erkennen. Burn! Hey, watch your back. Ich will helfen. Aha. It's time to finish them off. Minas Partnerfähigkeit binden, wenn du Minas zu partner hast, bewährt sie den Gegner bei Zangenangriffen ab. Geschwindigkeitsgegner bindet sie mit größerer Wahrscheinlichkeit. Geschwindigkeitsgegner auf alle Fälle. Füll die Anzeige, indem du angreifst. Okay. Hä? Nee. Ah, ich muss es danach tun. Okay, ich verstehe. Danach, wenn das aufläuft. Heia. Ja, klar. Wenn du Wunden bist und angreifst, fühlt sich die Verbundenartsanzeige links. Ja. Wenn gerade fünf Segmente wirken, wirken eine Art, in dem, wenn ein Segment ganz voll ist. Ah. In der Fall kann es sein, dass das Symbol für Wunderarts verschreit. Okay. Äh, will ich dich nur dann nicht so entwenden, wenn du eine Verbundenart verwendest. Let's finish them off. Okay. Let's go. Okay. Nice job. You. Huh? Burn. Hit. Ha. Burn. Say burn. Okay. Victory born from cooperation and friendship. Danke. Yes, I quite like it. I feel much better knowing I'm not fighting alone. Right there with you, buddy. Aww. Na denn. In Verbundenzustand arbeiten Partner zusammen, mit ihren Gegnern zu umstellen und sich gegenseitig Rückendeckung zu geben. Feindliche Angreife zu geben. Äh, wie gut ist es, mit deinem Partner leichter kritische Treffer zu landen und sich vor den kritischen Treffer der Weine zu schützen? Löst sich dann das jedes Mal nach dem Kämpfen auf, oder nicht? Mit was habe ich das jetzt gemacht? Ich habe schon wieder alles vergessen. Ich bin bereit, vergess, Slon. Ich vergessige immer alles, was ich tue. Zu leveln. Die sind noch nicht. Ja, ich kann nicht. Ja, greif ich nicht an. Nein. Nun. Ja, level up. Alt und vergesslich. Ja, gut. Zwitscherszahlung. Hm. Ich hätte dir ja auch das auf dem Wurzler schenken können, I guess. Well. Nun. Jetzt habe ich was anderes. Ich habe ihn anscheinend nicht vergessen. So gut. Finde ich Twitch ausgewählt. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich hätte direkt Kack-Quest checken können, weißt du? Das meine ich. Aber wir können auf dem Wurzler schenken Martin plague. Wir lassen. Aber ich habe eins. Ah, ich habe bist hier. Einmal von Rico lösen. Da habe ich diese Kack-Quest. Okay, Mila, it's okay. Äh, also wenn wir alle sterben, dann war ich doof. Warum glitzert der da eigentlich? Hallo? Warum kommt der Kopf und guckt? Demon Fist, Demon Fang, Demon Demon. Eigentlich würde ich da hinten stehen. Ich muss versuchen hinten zu stehen. Ja, fighting is the only answer, I'm sorry. Demon, Demon, Demon. Du hast aber große Hände. Äh, okay, Mila. Hat so viele Gegner. Oh. Ach so. Hm. Ja. Ja. Hast du schon die mit Fist gesagt? Nein. Ich weiß, Schuh kann auch heilen. Die Frage ist, ist das eine Kombo-Ding? Ich habe gut zu. Also. Ist das, wie es funktioniert? Das ist, wie es funktioniert. Das ist, wie es funktioniert. Ich habe die Brüge nicht gemacht. Okay. Okay. Das ist nämlich die Kiste. Ich möchte die Kiste haben. aus dem Kiste. Ich möchte ihn sehen. Ja, das ist die Kiste. Wie muss ich das benutzen? Wenn ich Arzt mit Hoch mache, oder wie? Arzt hoch ist Heiler. Und dann könnte ich auch Arzt links und rechts machen, für Dista. Und mit Start kann ich es beenden, wenn ich nicht mehr heilen will. Okay, also das ist dann Arzt und Hoch. Also es ist dann Kreis und L hoch. Ich gehe gleich zur Quest. Ich möchte es kurz ausprobieren. Ist der hier gut? Ja, das möchte ich halt sehen. Ich verstehe nicht ganz. Ich verstehe... Nein. Okay. 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 Und Schoss? Serien Schoss? Ich, ähm, will mich halt in Essern. Oh, guten. Äh. Ah, Alterspartner hat Brecher. Ah. Okay, ich müsste es noch ein bisschen üben, ne? I'll handle this. Hit. Burn. Cut. Healer. This is good. Demon Fang. Then. Let's go. Fall. Yuh. Yuh. Jagger Blade. Demon Fang. Hit. Hit. Die. Burn. Und das ist ein Wrapp. Äh. Okay, ich muss das mit dem, um das benutzen und noch ein bisschen üben, ne? Ich muss verwehren. So, this is experience. This is experience. Hä? Hallo, ich muss kurz meine Leute heilen. Ich hab ein bisschen verkeckt. Ich hab ein bisschen verkeckt. Spindels. Okay. Schätzte mal, die Sachen kann ich alles abgeben. Federn. Ich glaub, das kann ich alles an die, an die Dings abgeben, ne? Äh. Zeuge der Verteidigung. Oh, ich hab noch ein Gespräch. Ach so. Ja, klar. Ja, ich hab noch ein bisschen verkeckt. Ich bin sicher, dass ich bereits ein Ex-Markt kriminell bin, um ein Ex-Markt kriminell und alles. Oh. Ah, cheer up, kid. Wenn ich eine Chance bekomme, dann werde ich den Militär und die Schule auf Ihren behalte. Oh. Es sollte schwer sein, dass du einfach ein Kriminell ist, dass du einfach ein Kriminell ist, dass du einfach ein Kriminell warst. Und das ist schwer, dass du einfach ein Kriminell warst. Danke. Aber du bist ein Kriminell, auch? Ah, das. Ich glaube, ich fliege mit dir. Nun. Danke. Ah. Lol. Oh. Ah, ja, ist okay. Okay, das ist ein Bombenweg. Kann man noch nicht lang gehen. Wildgrassamen. Na dann. Oh, da gräts ja noch. Wer ist denn da? Warum ist da ein Baum Kuffererz? Was macht das da? Was geht's denn? Ich laufe hier einfach in Zickzack. Du so, uh, Dinge. Uh, uh, uh. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich am Kriminell gekommen, wo ich nicht weitergespielt habe. Ich glaube nicht, dass ich hier dran noch vorbei war, durch das ganze Gebiet. Oh. Oh! Oh! Oh. Was? Wo war es den Hintesten? Oh, Level Up. Ope World Party. Okay, was? Wo war es den Hintesten? Was? Wo war es den Hintesten? Oh, Level Up. Obwohl Party. Was? Was war das denn? Obwohl Party. die die gegner die sieben die besessen aptitude for sort fighting cool die die sporn ja scheiße selber ausschlag was haben wir gesagt was ist gut oft schuld wir machen hier stärke und kp oder so ein bisschen vitalität äh kurzer gewinn ja vielleicht wird grundsätzlich kp nicht so scheiße wieder nicht ganz so wenig kp hat kriegst du da ist auch 3 pp schutz schutzfeld klingt aber nicht so scheiße wer will das so ein bisschen der tanker ich die ihm sagen also warte so sind sie ausgewählt okay dann macht er sie einfach kann ich den auf normal machen was das da was so eine fuß steht heißt das dass das das bedingt es gilt oder was verbundene arts ist alles so kompliziert ich möchte gucken wie sieht das aus ich komme für erzbäume setz paradise rt wenn sie implied in kelle k jude die nicht levar Die Geräusche der Hunde. Ich muss hier alle Eitens mitnehmen, ja. Oh, spinnen jetzt. Sind die noch bei Glitzer? Nein? Okay. Hallo? Okay, ich muss vielleicht ein bisschen mehr TP sparend kämpfen. Was da noch jemand? Guten Tag. Jetzt scheint aber kein Ende mehr zu sein. Na dann. Ich denke, was geht jetzt hier weiter? Hallo? Mehr Gegner! Ich habe keine Ahnung, was für ein Level hier sein sollten, beiderweise. Ja. Wie funktioniert sich das denn, wenn das voll ist? Habe ich hier nicht ganz verstanden. Ja. Autsch, der kohle Schulter. Es wird einfach besser werden. Autsch, der kohle Schulter. Wollen wir das Dick reindrücken? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß doch nicht! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn das oft voll ist. Mit markiert sind keine Effekte, mit Verbindungsband und viel Kuhn teilen. Ich hab, ich hab das, ich hab, entweder hab ich ihn nicht aufgepasst, oder ich war doof. Galt! All dem Cash Money! I don't fucking know. Das ist okay. Gavi? Okay. Okay. Ich, äh, versteh gar nix. Ich versteh gar nix, helfe. Das ist okay. Muss ich überhaupt hin? Kann ausgesprechen ein richtiges Spiel. Das verstehe ich mir. Steht das irgendwo, wenn ich das benutze? Hä? Das war nicht zu schlecht. Hab ich das verpasst? Sag mal bitte da, dass ich das nicht verpasst habe. Hm, ich will zurückhalten. Oh. Ich hab jetzt zurückbekommen nach nem Wind, das ist auch cool. Magstisch, wenn du gleichzeitig mir und die machst. Okay. Spell über Aufstieg, erneut alle K4 in TP wieder her. Das war halt irgendwie auch smart. So, wenn wir da hingehen. Ah, da krieg ich ja zwei dann zusammen. Perfekten Zeitpunkt abwehren. Ja. Guck mal. Guck mal. Ich mach' eine schöne Runde. Hup, hup. Er hat auch noch vier. Ich habe hier zurück. Was ist mir da? Ein TP zurück. Noch zwei WP. Das ist gewinnend. Ressistenz gegen Erde. Hm. Ich glaube, keine Ahnung muss ich hier machen, ne? Das ist okay. Ich muss einfach so viel leveln, dass es gar keinen Unterschied macht. Oder so. Ja, wo gehe ich überhaupt hin eigentlich? So. Graben, Schwarzfedern. Ich schalte die Bedrohung vom See westlich von Aldi Pfad aus. Da unten ist ein See. Guten Tag. Ich glaube, da unten muss ich hin. Ich bin jetzt zu spät. Ich bin jetzt zu spät. Ich habe den Spruch. Ich habe den Spruch gehört. Hast du keine Deutsch-Sprecher? Guten Tag. Ich glaube, da hin müssen wir. Ich glaube, da sind die Gegner, die dastehen. was keine ahnung ich möchte einfach button so funktioniert aber alle anderen stören nicht auf dem weg oder so ja wenn du alle fünf segmente verbunden hast gerätsbeschreibung zu aktivieren ja ja so dass der grenzbeschreibung tief ist bleibt dein art zeit unangetastet und feine bringen dich nicht ins taum oder so kannst du liebe viele arts verwenden und Bum, bum, bum. Okay. Also was cool ist, wenn ich, glaube ich, gesehen habe, wenn Leute blocken und ich sie dann mit meinem Wirbel-Dings hochhaue, dann bringe ich sie ins Taumeln. Habe ich, glaube ich, gemerkt. Okay. Wo sind wir noch nicht aus Versehen? Mein Heal aktivieren. Ich glaube... Ich lege den um. Ich glaube, ich lege den um. Ich glaube, ich lege Healen auf und runter. Ich glaube, ich lege den da nach hoch. Ich finde, dass er gibt viel mehr Sinn. Nicht hier die normale Dings und ich mache da Heiler hin. Heilen nach unten. Er gibt für mich mehr Sinn. Haben wir schon... Amila hat noch einen Punkt. Ja, gut. Kista! Stiefel! Stiefel. Kriegsumhang. Elvin kriegt gar nichts. Elvin ist eh schon OP. Guten Tag, ich möchte gerne ein Item. Hallo! Ich fress noch ein bisschen viel Schaden die ganze Zeit, oder? Das ist okay. So, ich glaube, ich hier haben wir alles mitgenommen. Oh, ich habe da die Kiste gar nicht aufgemacht. Ja, den Gegner besiegt, aber die Kiste nicht aufgemacht. Ich bin auch doof. Seltsames Fragment. Okay. Ich nehme einfach mal Gegner mit, ne? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe das. Oh, ich glaube, ich kann das nicht glauben. Oh, ich glaube, ich glaube, ich bin auch nicht in der Fall. Das stimmt. Nein, ich glaube, ich bin auch nicht. Okay, ich bin manchmal zu langsam mit dem R2 drücken. Nun. Hallo. Gaffee? Sorry. Ich möchte immer sprinten. Ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte gerade immer, wie, wie in, wie in, äh, 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 15. Okay, ich habe den Level-Up. Ah. Gaffee? Gaffee? So, Mina hat ein Level-Up. Ich möchte gerne für Chute auch noch ein Level-Up. Gabi? Ja, Gabi. Was hat die Gabi getan? Ich weiß nicht, was die Gabi getan hat. Gabi? Gabi? Ich möchte auf jeden Fall für Chute ein Level-Up. Ich brauche, äh, ich brauche, äh, doch mal, äh, Dinge, ne? Gabi? Gabi? Was hat die Gabi getan? Äh, wenn deine Figur einen Feind beim Erkunden von Spielgebieten vernitten, äh, berührt, kriegst du einen Gegner zum Beginn des Kampfes Schaden zu? Ah, also, es geht. Man kann die Backstabben. Oh, okay. Ich dachte nur immer, die haben sich immer umgedreht, zumindest. Ich war so, okay. Aber es geht. Good to know, good to know. So. Ah. Guten Tag, junge Dame. Ey. Es geht um zu dir. Pinken. Moon. Und das ist so, wie es ist gemacht. Welche Menschen mit Problemen zu haben? Und? Du hast echt in den Leuten eingeladen? Natürlich ist er ein Pro. Pro Mercenary. Er ist pro Geld. Ich meine was. Oh. Wieder. Da ist aber... Hat er noch gut. Er schöpft. Er schöpft. Er hat den gehalten, ne? Er wird so weit. Er hat nur dann das Band. Und er wird so fast. Das Auto-Objekt-System wurde freigeschaltet. Figuren, die auf automatisch gestellt sind, verwenden beim Kämpfen Objekte. Dazu müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Oh. Jetzt kann ich Objekte verwenden. Verwenden. Das ist dann... Strategie. Oh Gott. Verwenden. Okay, es ist verwenden. Verbinden. Ich bin unter 25. Näh. Durchhalten ist schon okay. Nur heilen. Ah, wir lassen das alles mal normal. Drei PP. Äh, was wollte ich haben? Wird das da? Oh, das habe ich natürlich auch direkt. Hups. So, das haben wir als Bewegung. Bewegung wäre ihm smart. Und das da wollte ich auch haben. Ich mache ja einfach Dinge, ne? Fragt euch einfach nicht, was ich tue. Okay. Was ist die weiße, dass ich sage? Ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Ist korrekt. Das hier. Was ist mehr Schaden, macht mehr Schaden. Ach so. Und hier haben wir... Perfekt ausweichen. Das ist halt die Frage, ob das die Dings können. Ja, komm, wir nehmen hier TP mit. TP ist auch immer okay. Ich glaube, das sind einfach Grundsachen. Also so TP am Ende vom Kampf. Also immer ein bisschen noch dazu bekommen. Ist, glaube ich, ganz okay. Elven. Elven, 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 Elven. Ich glaube, den hätte ich trotzdem gerne. Einfach automatisch alle Dings hoch. Das sind ja nur zwei Punkte. So. Erschreckend schnell, äh, ein erschreckend schneller Vorwärtsstoß wandert sich, aufgeladen in das Art schon. Okay. Ah. Wo machen wir denn dann das hier noch? Der war nur der Titel. Aber gucke ich jetzt HP zurück, wenn ich da reinranne? Irgendwie habe ich das noch nicht gecheckt. Das habe ich noch nicht so ganz gesehen. Irgendwie so. Ich glaube, das Spiel hat mich eingelügigt. So, die Frage ist. Wenn ich... Sagen wir, ich möchte Materialien schenken zum Beispiel. Das hier gibt es zwei. Magst du? Oh. Ja, nimm mal. Lass mal, lass mal. Okay. Rabatte? Oh, damn. Das ist ja, das ist ja geil. Oh, shit. Ich glaube, ich muss die Sachen aufleveln, guys. Sofern es geht, möchte ich eigentlich nicht Geld schenken. Oh, guck mal. Der möchte Holz haben. Guck mal, ob ich die alle auf Level 3 hochmachen kann. Ah, guck mal. Da kriege ich neue Objekte. Und Rabatte für... Was soll... Ah. Oh. Okay, die kriegen Bonus auf das. Der kriegt Bonus auf das. Der auf das. Ah, so. Also, du müsstest gerne Fische haben. Ah ja, ich verstehe. Ja. Ah, komm. Ich kriege meine Krabben. Stahlhandschuhe, Kukudi und Rabatt auf Stahlhandschuhe. Oh. Was ist da interessant? Gut. Möchtest du viel haben? Betäubt ist am Reif. Und Lebensmittelhändler, der möchte logischerweise irgendwelche Materialien. Ich glaube, sonst kann ich dann nicht viel mit dem machen, ne? Oh. Ah, ich möchte dafür Level 2 erreichen. Dankeschön. Sandwich, Pudding. Aha. Oi, oi, oi. Das ist aber viel. Also, warte. Wenn ich jetzt... Kaufen. Oh, guck mal. Tatsächlich. Guck mal, das kostet nur noch 90. Das ist doch so nice. Nur spezielle Save Points. Ah. Okay, das ist... Das finde ich aber cool. Dass du... Dass man... Okay. Das heißt, am besten Materialien, finde ich... Also, bisher weiß ich ja nicht, ob ich das für irgendwas anderes brauche. Aber im Prinzip... Guck mal, die kosten auch nur 1.000. Das ist mit Rabatt scheiße. Alte Sachen kann ich verkaufen. Oh, ich wollte dich nicht mal los. Hm. Ja. Das ist alles Pumpe. Das verkaufen noch. Okay. Rub a doodle. Okay. Speichern nochmal. Ähm. Ja, bevor wir aber jetzt wieder in Katzins rein... Oh, wir haben noch... Rede. Das machen wir noch. Ich möchte aber jetzt gar nicht nachher wieder in Vollstory reinrennen. Was? Was? Of course not. I've never heard of the Military powers act being used against anyone other than Ajul's spies. You're thinking too much into this! Warum bist du so beschäftigt, wenn du für Rachegol spielst? Nein, nein. Ich dachte nur, wenn du für Rachegol spielst du für Rachegol vielleicht kannst du deine Verbindungen nutzen, um mir ein hoher Geld zu bezahlen Entschuldigung. Sorry to disappoint you, aber ich assure dir, dass ich dein Geld bezahlen werde. Du musst nur ein bisschen länger warten. Fair genug. Aber auch mit deinem Freund discounten, die Interesse ist aufzunehmen. Das Gespräch nochmal speichern. Weil, ich habe ja gesagt, heute bist du kürzer. Ich mach mal so. Geht's nochmal Kuchen essen. Die Schwester hat ja gewohnt, dass sie am Kuchen. Ah. So. Ja. Dann wüt' ich Sachen. Ich bedanke mich fürs zugucken. Wir kriegen nochmal das Intro. Das ist schön. Danke. Wenn man zum Titelspielen geht. Toll. Oh no. Ja, danke. Wir müssen nicht nur mal alles hören so. Naja. Ähm. Ja. Nächste Woche guck ich wegen Daten wie was, wie wo und so weiter. Ne? Na denn. Ja. Es wird ein langes Spiel vermutlich eh. Na denn. Schönes Wochenende und so. Bye-bye. 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 Mal. 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 Lee.